Was fehlen hier Messer? Hm? Was fehlen hier Messer? Hm. Weil... eine Beflügelschere... eine Beflügelschere... Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Naja... Ich bin schon öfter... Ja gut, die Messer können wir ja noch brauchen. Mhm. Sind ja noch... unbefleckt. Genau so wie jetzt. Ja gut... Tun wir ja behalten erstmal. Wegschmeißen können wir das ja immer noch. Ja, weil der Puffer nicht so viel Platz weg. Na, das war das Blöde. Dann tust du ohne den Koffer. Hä? Dann tust du das Besteck ohne den Koffer. Vielleicht noch das ja. Na, geball? Mhm. Voll gut. Hä? Können wir Türken mitjagen. Prima, ne? Wo so den Beiß. Ja. Aber das darf man sagen. Das darf man sagen. Ja, was die Wahrheit ist. Ich hoffe, an welche die wir uns als Türken verteidigt. Und bann uns keine Sau zu trinken. Ja. Ich weiß nicht, sag ich. Als Flüchtlingskind. Ich fühl mich übers Mittelmeer. Machst du noch so ein T-Shirt Lampardusa-Überlebende? Ja, die haben wir auf. Ja, die haben wir auf. Ja, die haben wir auf. Mhm. Das ist okay. Ich hab jetzt mit YouTube schon mein erstes Geld für. Ich hab's verdient, ne? Wieso? Durch Werbung. Echt? Mhm. Ganze 2 Cent. Du. 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 Bad Motherfucker. Kleinvieh macht auch nichts. Jetzt bin ich ein bisschen rein. Das ist aber erst ab 70 Euro ausgezahlt. Oh, Armschienen. Meine Taschen sind voll. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Und die habe ich mir hier zukommen lassen. Mhm. Jetzt wollen wir Akt zwei oder drei machen? Mit Bounty ist weiter. Gibt es mehr? Boah, komm selber raus Mir wurscht Boah, das muss man schon mal ein- und ausloggen, oder? Mir ist egal, dann komm, wir loggen raus Ja, das Act Achso, dann komm wieder rein Ne, ich komm, ich komm raus Ah, ich bin schon wieder drin Man, er gibt keinen Bonus, er ist auf Act 4 und 5, ne, ist glaub ich Bonus Dann komm wieder rein Achso, dann komm wieder Ne, lass wieder Act 1 Ich bin raus Meine blauen Bons, Schatz, die haben ganz viel gebracht Und direkt Kathedrale 4, ne? Ja Komm, ich stehe Was war denn das? Was hast du dir überlegt, Schatzi? Ja, kannst du ruhig machen Was denn? Da ist eine Blume hintergefallen Ja, das ist aber jetzt, warum fummelst du denn da jetzt rum? Ja, mein Gott, weil ich deinen Scheiß mal hier ordentlich machen möchte Ja, die ist um Arsch, liegt ganz hinten in der Ecke Ja, die hol ich gleich, aber Weil ich einfach da aufräumen wollte Ja, ist doch Das ist gut Ich würde das ja nicht machen Doch, ich hab letztens aufräumen Das ist eine niedrige Rottwand Du, ey Dein Herr Bluth Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten Verlor mein geniefertönig die letzten Anzeichen der Vernunft Er schäumte berühmt Und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter Unter großem Kummer Durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert Ich finde das Spiel läuft nicht so ganz sauber bei dir Ja Voll oft Latenzschwankungen Ich bin der Herr Ich bin der Herr Das war's. Was ist denn der Drecksack? Ach, hier oben. Hier kommt euer Tod. Und gehen wir hein. Zum heini. Die Geister holen euch. Hier kommt euer Tod. Die Geister holen euch. Die Geister holen euch noch mehr. Die Geister holen euch. 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 ich habe ich sprengt ich sprengt ich sprengt das war gut viel? ja ich sprengt so gehen wir mal in die Wälder das war schon mal die Königin ich habe schon gefunden hier die Typen hier kommt euer Toast kommst du noch mal? ja also ich lasse mich sterben ich gehe in der Stadt wieder ok mhm ok wir sind abgeschnitten sie werden uns jeden Moment erreichen ok 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 ok